Auf jeden Fall, die Betreuerinnen sind super. Und die, die da sind, die Leute sind auch super. Ich schaue danach, dass die Wünsche und die Bedürfnisse von Bewohnern auch erfüllt werden. Mir geht es prima. Also ich bin zufrieden. Schöne Zimmer und 2141 ist mein Rassig noch gut eingeteilt. Und noch macht man Spaziergänge im Hof rum. Und sonst kommt man zum Gedächtnistraining, Gymnastik, Abendtreff, was alles so angeboten wird. Unser Ziel ist, dass sich die Leute wohlfühlen bei uns, dass sie sich zu Hause fühlen. Und dass sie auch alles bekommen, was sie möchten. Also die Stimmung im Haus ist locker und freundlich. Ich freue mich so sehr, wenn wir mit Bewohnern lachen können. Hier gibt es gar keinen Mangel. Nein. Also ich habe keine Käthe. Ich habe keine Käthe. Ich habe keine Käthe.